Elisabeth war Kaiserin von Österreich und der Star der wohl besten deutschen Kitschfilme des 20. Jahrhunderts. Aber wer war die bezaubernde Sissi wirklich? Wie war ihr Verhältnis zur strengen Schwiegermutter Erzherzogin Sophie und dem Wiener Hof? Und war die Beziehung zu Kaiser Franz Josef tatsächlich eine romantische Liebesgeschichte? In der neuen Folge von Gala Royals stellen Gala-Unterhaltungschefin Luise Wackerl und Autorin Anna Basiner eine Frau vor, die ihr da kennt, aber über die es noch so viel zu erzählen gibt. Mit Sissi geht es bei Gala Royals. Auch weiter, der zweite Teil des Audible Original Podcasts tritt sich um den bizarren Schönheitsmann der Kaiserin und erscheint nächsten Mittwoch, 20. Sechster auf Audible de Gala Royals. Denn, Gala Royals ist nichts weniger als Kampagne für die Ohren. Auf die Prinzessin in jedem von uns.